Ein guter Grund, warum Sie am 14. März Die Linke wählen sollten. Wir wollen die Verkehrswende, um Mobilität für alle zu gewährleisten und das Klima zu schützen. Dafür braucht es ein Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr und eine gute und enge Taktung von Bus und Bahnen auf dem Land. Hierfür binden wir Sie am 14. März um Ihre Stimme.